Das passiert, wenn du drei Wochen lang Ketone trinkst. Dein Zuckerkonsum wird sich drastisch verringern. Du hast deswegen weniger Heißhungerattacken und wirst generell weniger essen. Somit kannst du dann leichter und auch schneller abnehmen. Du wirst auch merken, dass du vielleicht mehr Energie, mehr Antrieb und mehr Motivation hast. Die Ketone werden nicht für dich die Joggingschuhe anziehen und eine Runde durch den Park laufen. Das musst du selbst machen. Aber wenn du regelmäßig Ketone trinkst, wirst du merken, dass du dazu Bock hast. Du hast mehr Fokus und Energie bei der täglichen Arbeit oder auch beim Lernen. Das ist mein Hauptgrund, warum ich die Ketone trinke, für Fokus und Energie. Dein Schlaf wird sich verbessern, weil sich deine Tiefschlafphase verlängert, du somit besser regenerierst und auch schneller in den Fettstoffwechsel kommst. Viele merken auch, sie sind einfach besser drauf und die Stresstoleranz wird höher. Die Folge von all dem ist, du wirst deinen Alltag viel leichter meistern können. Wenn du jetzt mehr über die Ketone erfahren möchtest, dann geh in den Linktree, mein Profil, der allererste Link. Dann schicke ich dir mehr Infos und auch gerne den Shop-Link. Oder noch eins oben drüber, da ist meine Nummer, da kannst du direkt schreiben, falls der Link nicht funktioniert. Bye!